Chattushpada Pita, auch genannt Chattushpada Pitasana, ist ein Asana, das man einfach als Tisch übersetzen kann. Pita heißt Tisch, heißt auch Thron. Chattushpada ist auf vier Füßen. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung bei gebeugten Knien. Gib dabei die Fußsohlen auf den Boden, die Hände hinter dich und hebe dann das Becken hoch. Arrangiere es dann so, dass die Füße unter den Knien sind, Knie sind gebeugt und die Hände unter den Schultern. Und so hast du den Tisch. Wir nennen diese Stellung ja auch einfach Tisch bei Yoga Vidya und der Sanskrit Bezeichnung könnte sein Chattushpada Pita, auch eine Variation der schiefen Ebene, welche Gesäß und unteren Rücken stärkt, ohne dabei in die Rückbeuge zu gehen. Chattushpada Pita spielt im Rücken-Yoga eine gewisse Rolle. Dabei würde man den Kopf oben halten und wenn man es entspannt haben will und keine Nackenprobleme und keine Neigung zu Schwindelgefühlen hat, lässt man den Kopf locker nach hinten hängen.